Hallo Menschen und herzlich willkommen zu einem Infovideo und zwar bin ich jetzt bis Mittwoch weg, das heißt keine Videos, weil ich fahre nach Dänemark und so und dann nach Bremen, voll cool, weil ich ja Werder Bremen Fan bin und das, ah, da kriege ich vielleicht ein Trikot und so, das wird voll geil, egal, 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 ähm, ich wollte euch nur sagen, halt keine Videos und für die, die vielleicht mal Mario Kart mit mir fahren wollen, am 26.05. ist da was geplant, haltet euch frei, wenn ihr da keine Zeit habt, habt ihr Pech, wenn weniger als 10 Leute zusammenkommen, wie beim letzten Mal, mache ich keinen Raum auf, dann müsst ihr versuchen, mir worldwide zu joinen und, ähm, das mit dem Skype, das regeln wir wann anders, also, euch noch schöne Schule, äh, ich bin ja jetzt fertig und bis Donnerstag, ciao!